Er war am Gewinn. Dann brachte uns eine sterbende Version des größten Schurken der Erde eine Waffe aus der Zukunft, von Brainiac selbst gestohlen. Neue Helden, um Brainiac zu widerstehen. Und neue Schurken, die das Chaos ausnutzen wollen. Ich werde diese neuen Helden trainieren, um den kranken Wahnsinn des Jokers zu bekämpfen und jedes andere übel. Ich bin Batman. Und der Kampf hat erst begonnen. So, und damit sage ich wieder, Hallöchen liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu Let's Play DC Universe mit dem Arcadian. Hallo. Ja, dein Mentor ist wahrscheinlich auch Batman, oder? Ja, wo bist denn du jetzt? Ich gehe jetzt in den Portal. Ehe halten. Okay, warte, dann müssen wir jetzt eigentlich vor mir rauskommen. Ja, ähm. Diese Ladebildschung. Ah, da bist du! Guck mal, ich bin über dir. Ah, hallo. Ah, das ist Blackhound. Du bist ganz schwarz. Ja. Nur schwarz. Nein, schwarz und hellere schwarz. Hä? Ich habe verschiedene Schwarz-Töne genommen. Ah, jetzt. Ähm, bei mir, ähm, werden die alle gerade... Glückwunsch, quunsch, quunsch, quunsch zur Flucht von diesem Schiff. Ich muss dir gleich mal was zeigen. Ich bin Orica. Warte kurz, warte. Du wurdest gerade ins 9. Bezirksrevier von Gotham teleportiert. In einen Unterschlupf der Justice League, über die wir in ganz Gotham und Metropolis verfügen. Soll ich dich rumführen? Okay. In Unterschlupfen findest du Kontaktpersonen von Missionen, die Post-Töne und den Teleporter zum Wachtturm der Justice League. Alter, bist du sch... Okay, ähm, ich habe gerade Akrobatik. Ja, Alter, wie geil ist denn das? Das sind alles, ähm... Hier, hinter mir. Welches sind Spieler? Warte, 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 lass dich mal anblicken. Bleib mal stehen. Bleib einfach stehen. Wie du da stehst. Jetzt weiß ich, was du genommen hast. Ja, sie ist cool aus, muss ich schon sagen. Also, die Grünen sind, ähm, NPCs. Die Blauen sind alle Spieler. Okay. Und ihr seht ja, dass ich schon lustig bin, ja. Ähm, guck mal. Und ich habe so ein... Ich bin ja schon ein bisschen Level weiter, deswegen habe ich auch andere Sachen. Warte mal, das hole ich ganz kurz. Jetzt ziehe ich mich mal um. Wie geht das? Äh, ich habe so ein paar Sachen noch bekommen. Also, halt gefunden. Hui, guck mal, ich kann fliegen. Hui, das ist total cool. Kannst du das auch fliegen? Ja, kannst du, El. Also, ähm, das ist Akadion, er nennt sich Blackhounds. Ich wollte eigentlich anders nennen, aber es ging nicht. Ups. Ich habe gerade gar keine Hose an. Oh, guck, ähm, das hier ist, ähm... Ich nehme jetzt einfach mal das, was ich alles bekommen habe. Mhm, und wie, und wo kann man sich das anziehen? Im Inventar? Ähm, nee, äh, wenn du... Äh, wie nennt man sich das Ding da? Äh, das, wo man bei Warbent sich umschauen kann. Ähm, ach so. Komm mal, ich habe jetzt auch einen Umhang. Oder meine Erscheinung, aber du hast noch nichts, deswegen. Ich habe jetzt auch einen Umhang. Da kann, ja, und dann kann ich halt diese Flügel nehmen, diese Dämonenflügel. Marktplatz, Optionen, im Dienst, Karte, Inventar, Erscheinung. Ich nehme jetzt gerade mal das andere, der Rücken, wieder die, ähm, Chakir. So hieß das. Mhm. Und schau mal das an. Wie findest du den Helm? Gut. Aber... Willst du den Helm nehmen oder lieber das Normale? Ich weiß nicht. Mir ist eigentlich egal. Ah, wo ist mein Kescher hin? Ja, den musst du wieder an... Äh, annehmen. Wo? Ja, da, bei dieser Erscheinung. Ach so. Erscheinung? Das ist... Oh, ich habe keine Nahkampfer für mehr. Das ist Rücken. Köcher, da. Und wie findest du meinen Held? Wart, ganz kurz mal. Speichern. Ich habe halt ein bisschen ein älteres Gesicht, keine Ahnung warum. Ähm, das ist so wegen dem Dings da, wie heißt der? Weise. Ja, ich habe auch so ein älteres Gesicht. Ich will aber kein älteres Gesicht haben. Ja, Pech, da hast du... Und du kannst auch fliegen. Ich weiß, guck. Wirklich fliegen? Echt? Also so wie ich, guck so. Kannst du wirklich so fliegen? Wo bist du? Hier. Nee, das kann ich nicht. Ich kann nur das hier, guck. Schau mal zu. So extrem schnell rennen und voll cool springen. Schau mal zu. Was? Äh, ich schau gerade. Aber du stehst hier noch. Ja, warte, jetzt guck. Ich kann so gleiten, so segeln. Aber mehr kann ich auch nicht. Bestimmt cool ist Bogen. Eigentlich wollte ich ja auch Bogen, aber er hat drauf bestanden, dass sich was anderes wäre. Ja. Also. Schau mal meine Fähigkeiten an. Wo bist du? Du musst erst mal hier. Guck. Einmal hier diese Giftschlinge. Schlinge, siehst du das? Ja. Ja, okay. Und das hier. Meine Fähigkeiten ist hier so ein komischer Dings, so ein Ball. Und ich kann nicht heilen. Ich hab hier so ein Ball. Dann hab ich, ähm, kann ich halt, ähm, schlagen. Schieß mal. Und dann kann ich noch schießen. Geil. Also guck, ich kann solche Dings da, äh, Showycans, also. Ja. Oder Stark oder so. So kann, und guck mal, ich kann treten. Guck. Ja, und guck mal, du musst jetzt, ähm, du musst jetzt, glaube ich mal, hat die dir als Quest gegeben hier hoch. Warte mal kurz, bei den Einstellungen muss ich beim Sound mal kurz was schauen, weil ich höre mich grad gar nicht. Wie, du hörst dich nicht? Also meine, ähm, meine Sounds, der Bogen und sowas. Okay. Nee, tue ich nicht, komisch. Ich hör dich, tue, 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 tue. Egal. Hm, irgendwie ja nicht. Warte. Äh, egal, wenn's jetzt nicht geht, vielleicht kommt's ja wieder. Ja, egal. Also, äh, wo muss ich lang? Hier müsstest du eigentlich nach oben, denk ich mal. So musste ich zumindest lang. Dann würdest du hier gleich irgendwas labern. Wo? Und wenn ich... Ah ja, warte kurz. Bei den Händlern kannst du beschädigte Ausrüstung reparieren lassen und Gegenstände verkaufen, die du nicht mehr brauchst. Manche Händler verkaufen einzigartige Dinge. Sobald du genug Ansehen gewonnen hast, kannst du diese ebenfalls kaufen. Okay, also hier kann ich mir anscheinend Sachen kaufen. Okay, dann, äh, gehen wir mal weiter. Sprich mal. Willkommen in der Poststelle. Hier befinden sich die Postfächer, der Teleporter zum Wachturm, deine PvP und Alarmhologramme. Sieh mal in deiner Post nach. Ich habe dir etwas geschickt. Sprich anschließend mit Sergeant Doak. Sie hat eine Nachricht für dich von Batman. Äh, okay, dann sprich mal. Sprichst du? Ich hör dich nämlich nicht. Okay. Mysteriös. Äh, dann würde ich hier auch mal kurz einen Cut machen. Bis gleich, Leute.